So, da gehen wir mal rein mit dem Laufgeschäft. Oje. Laufbahn ist immer ein bisschen schwierig, weil sie sehr schnell ist. Laufbahnhof. 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 Laufrollen. Das nächste Laufbahn. Der Start. Das ist die Hauptbahnhof. Das ist die Hauptbahnhof. Das ist die Hauptbahnhof. Schafft, die erste Runde rutschen. Schafft. Schafft. Die erste Runde rutschen. Schicksal. 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 Schaffst du? Schaffst du? Geh durch vor! Okay, danke! Es macht Spaß hier drauf! Erste Runde geschafft! Papa! Jetzt muss der Opa wieder die Treppe hoch. Das ist so einfach! So, geschafft! Eine zweite Runde! Aus hiermit geht das nicht! Ah, da muss er bei der Hand an! Muss man bei der Hand an schieben! Bei der Hand drehen! Da geht es gut! Aufkommen! Da rufen Sie! Da rufen Sie! Ja, das ist gut. Das ist ein richtiges Spaß. so geschafft, schönes Laufgeschäft, was aber nicht so einfach durchs Laufen ist vor allem das erste Laufband hoch ist richtig schnell, da muss man auch mal, dass man nicht hinfliegt aber macht trotzdem Spaß